Hallihallo, wir kommen zurück bei Kingdom Hearts 3. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich mit Anna und Elsa die Disney-Welt der Eiskönigin abgeschlossene. Das war eigentlich auch so ein schönes Finale, muss man sagen. Ja, mein gut, ich bin zwar jetzt ein Mann oder so, aber ich war trotzdem schön. Ich war trotzdem romantisch. Viele werden jetzt sagen, äh, jetzt Mann, kannst du was schön finden. Ähm, ja, äh, wir werden jetzt einen Brief hier reinschmeißen in den Briefkasten, mal sehen, was jetzt passiert. Ob überhaupt was passiert, ist die Frage. Ja, ähm, und es passiert. Ah, wir haben hier irgendwie so einen komischen Splitter bekommen. Ich glaube hier, damit kann man halt das Schlüsselschwert updaten, upgraden und irgendwas mit dem Raumschiff, kann man damit auch, glaube ich, machen. Ja, ähm, ja, ähm, ja, ich glaube, was, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war eigentlich zum Schloss? Wir müssten hier jetzt, glaube ich, zurück und es gab ja bestimmt einen Grund, ich glaube, irgendwie. Warum sind wir jetzt eigentlich wieder bei Twilight Town? Ich weiß gar nicht mehr, was war's. Ich glaube, wir müssen zum Herrenhaus, nehme ich mal an. Mal gucken, ja. Mal gucken, ja. Ja, hm, da müssen wir irgendwo einen Imbiss finden oder sowas und, äh, deswegen sind wir wieder hier. Ähm, ja, äh, Merlin hat auch schon bei King of Hearts 1 und 2 mitgespielt, äh. Oh, ist lange her. Ah, greetings, gentlemen. What brings you all the way out here? Besides the finest tea this side of Big Ben, of course, eh. Huh? But, Merlin, I thought that you asked us to stop by. Graciously, did I? Mhm. Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? About a book? Ah, yes, the book, that's right. Behold. Hey, this is... Sure was not on it. Did something happen? Well, that's what you need to find out, lad. Hmm. Okay, I'll see you in a bit. Take care. Yes, and good luck. Also, das geht einmal gar nicht. Also, das geht gar nicht. Warum ist Sora da nicht mit drauf? Ja, haben wir früher hart dafür gearbeitet, dass Sora mit auf diesem Bild, äh, auf diesem Buch mit drauf ist. Ja, da wüsst wir mal gucken, warum das so ist, also... nichts mehr 선생님... müssen sie aufbauen! Wenn es nicht 不是 aufbauen! No, Bada. Sink, sink, sink. Sink, sink, sink. incu! Pooh-Bear! Mm-hmm. You okay? Oh, hello there, Sora. You're home. Uh-huh. Good to see you, Pooh. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink, sink, sink. Oh, we've got trouble, all right. Oh, mother. Would that be the rabbit sort of trouble? S-s-s-sorry. Please continue. Sora! Wow, who's this? It's okay. He's my friend. Hi. I'm Sora. And I'm Lumpy. It's nice to meet you. Ha-ha-ha. Ah! Dufferin' sassafras. Stomp around a little louder, why don't ya? Oh. Gopher, I'm sorry. Ha-ha-ha. I kind of like it when the ground gets bouncy. Well, I suppose if something has to bounce. Huh? Speaking of. Hmm? Back for some more bouncing, Sora. Tigger! Come on, let's go. You too, Roo. Ha-ha-ha-ha. Yippee! Ha-ha-ha. Me too, me too. Do I wanna bounce? Oh, yes. It is time for bouncing. Ha-ha-ha. Say no more. All would-be bouchers are welcome. Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me? Would anyone else care to remember why we're here? Huh? Hmm. As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps, you'll invite us in for a smackel or two of honey? Correct. No, no. I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Sora. What? Me too? You? You? What? Oh. We'll see. We'll see. Das war's für heute. Come on, we'll collect lots and lots. Let's get gardening! Yeah! There! Go! Yeah! There! 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 I hope you've left the ones I'm after! Yeah, I don't want to read it. Früher or later, I'm out. It took 2-2 seconds until I checked everything. But it's fine. You can definitely do it from the top. Well, I'll read it eventually. I'll read it later. I'll read it later. In the games here, there's no German Synchro. There's a lot of different things. Yeah, there are a lot of different sequences. Yeah, I'll read it later. Untertitelung des ZDF, 2020 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 komm ich habe jetzt immer mache ich dich durch hier ich denke man muss gar nicht so zuerst auf die ersten linge achten ich dachte es wäre wichtig sondern komplett die reihe ich glaube da wo viele tomaten sind wir komplett durch hauen gibt es viele tomaten die reihe sind so drei ja nimm erst mal die reihe ach f**k hier nein ernsthaft ist das befeuert ich kann ich 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 Oh, ist das bekloppt, ey. Oh, was befeuert ist. Was ist das denn? Hä? Was ist das, ey? Was ist das, ey? Was ist das? Hä? 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 Oh Diese Du hast bescheuert das ey Oh, miss... das war jetzt gar nicht so gut gewollt aber okay okay ich verstehe ja 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 Was sag ich doch. Jawoll, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Gern geschehen, ich bin halt einfach der Beste. Gern geschehen. 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 More, more! I hope you've left the ones I'm after Go! Impressive! Well done! I think I'll gather these Nice! Grab them all! Look at that! Thank you! Perfect! I'll do it! More, more! I hope you've left the ones I'm after Here we go! Look at that! I hope you've left the ones I'm after Here we go! Impressive! There we go! Well done! More, more! I think I'll gather these Nice! Nice! Allow me! Look at that! My, my, what a bounty! Perfect! More, more! I hope you've left the ones I'm after Nice! There we go! Impressive! I think I'll gather these I'll do it! Thanks, Rabbit! Look at that! Look at that! Far, more! Look at that! Thank you! Impressive! Got it! Good one! What's this? That's it! I hope you've left the ones I'm after I hope you've left the ones I'm after Nice! Yeah! More, more! Well done! I think I'll gather these There we go! Look at that! Grab them all! Thank you! This enough? I hope you've left the ones I'm after Impressive! More, more! All in a day's work! All in a day's work! Oh... Yes, yes! Look at all this marvelous fruit! Oh, it's lovely! Lumpy Loves, 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 loads fruit! He he he! You know, Rabbit? Aber ich finde, dass die Frucht immer besser ist, mit ein bisschen Honey. Du bist richtig, Pooh. Es stimmt. Dann werde ich für die Frucht auf Bouncin' Height gehen. Und ich werde die Frucht closer zu den Soil. Sora! Können Sie mir mit meiner Flower Patch helfen? Ich habe eine Überraschung für Pooh. Hm? Eine Überraschung für Pooh-Bear? Ja, Sora? Oh, es ist nichts, Pooh. So Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin müde vom harten Ernten. Von der harten Arbeit. So Leute, ich werde es keine nuit hier machen.